Ich bin mir ziemlich sicher, dass in meiner Generation um die 40, wenn nicht früher, dann spätestens jetzt, muss man sich verabschieden von allen möglichen Dingen und Werten. Weil es ist mitten in einer Neuzeit, voll im Gange ist diese Neuzeit. Und ich habe das Gefühl, es ist auch völlig jetzt aus den privaten Händen komplett entglitten. Ich glaube, man muss heutzutage extrem viel umdenken. Dabei hilft das Internet auch, weil man kann auch selbst sich geistig erweitern und forschen. Das finde ich im Moment am interessantesten. Also wie zum Beispiel, man kann Sachen herausfinden, die einen interessieren, wenn man weiß, was einen interessiert. Selbst wenn man kein Interesse hat, kann man Tage auf YouTube verbringen und irgendwann hat man ein Interesse wieder gefunden oder eine neue Serie oder irgendwas, was man konsumieren kann. Zum Beispiel gibt es die großen Universitäten wie Stanford-Universitäten, haben alle YouTube-Kanäle, die auch sehr gut gepflegt werden, wo man sich extrem tolle Unterrichtseinheiten angucken kann, komplette Vorträge von super Wissenschaftlern.